Es war echt, es war echt sehr schwer, das geheim zu halten, die letzten Monate. Ich habe es nicht mal meinen Freunden erzählt, weil ich mir einfach sicher sein wollte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich... Wow, meine Stimme zittert. Okay, es ist an der Zeit gekommen, euch zu sagen, was los ist oder was ich mit euch verkünden will. Das ist sehr schwer, das zu sagen. Ich habe das echt lange geheim gehalten. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Die Nachricht, die ich vorhin habe. ist, dass ich jetzt im Funk-Netzwerk bin! Okay, stopp, stopp. Ich weiß, ihr wisst nicht, was Funk ist. Ich bin jetzt im Funk-Netzwerk. Das heißt, ich werde von der ARD und der ZDF gesponsert. Mehr oder weniger. Ja, kann man so sagen. Yes! Funk ist, sagen wir mal, die Tochter von ZDF und ARD. Und die haben ein... Also, das ist ein Netzwerk, wo sie verschiedene YouTuber haben, die sie unterstützen. Das heißt, für mich jetzt, dass ich im rechtlichen... im öffentlich-rechtlichen Sinne arbeite... Ich arbeite... Stopp! No more! Das heißt, ich bin so ein Clown. Ich bin so... Ich freue mich grad für das. You know, I'm gonna leave this in, so y'all can see how excited I am about this. Aber ich bin jetzt im Funk-Netzwerk. Das heißt, ich arbeite im öffentlich-rechtlichen Sinne. Ich arbeite mehr oder weniger für die ARD und ZDF. Für Funk. Das heißt, auf meinem Channel werdet ihr keine Werbung mehr sehen. Sondern, you know, es wird sich nichts wirklich verändern für euch. Außer, dass ihr keine Werbung mehr sehen werdet. Aber für mich ist es ein riesen Deal. Because es ist einfach so krass, dass Leute von Funk meinen Channel entdeckt haben und mir helfen wollen, meinen Channel oder so. Damit mein Channel sich weiterentwickeln kann. Das ist eine sehr, 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 sehr große Ehre für mich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich weiß... Also, Funk, you know, y'all better be good to me, okay? Y'all better be good to me, because, you know, y'all promised me nice things. Y'all told me that it's gonna be a dope work, you know, good collaboration. So, Funk, I'm watching, okay? Ihr könnt mich in der Funk-App finden, auf Funk.net. Ich werde mit anderen Leuten von Funk kollaborieren. Das heißt einfach, 2019 is starting with a blessing. 2018 is ending with a blessing. Und ich bin sehr, sehr dankbar. An dieser Stelle danke an Funk für die Kollaboration. Thank you so much for believing in me. Danke, dass ihr an meinen Channel glaubt. Und auch ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an meine Community. Jebs, ja, ich hab jetzt einen Namen für euch, und zwar Jebs. That's what I'm gonna call you from now on. Danke an meine Jebs, ihr seid amazing. Ich... Es ist einfach unglaublich. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich meine, 20.000 Abonnenten scheinen jetzt für den einen nicht so viel zu sein. Aber ich weiß jeden einzelnen Abonnenten wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen zu schätzen. I love you so, so, so much. Heute ist der 16. Dezember. Dezember ist schon fast vorbei. 2018 ist fast vorbei. Und ich hab mir gedacht, wieso teile ich nicht die Dinge, die ich dieses Jahr so gelernt hab? Wisst ihr, wie ich meine? Why not share it with you? So, in diesem Video teile ich, was ich in 2018 gelernt hab. Was habe ich in 2018 gelernt? Ich habe in 2018 gelernt, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Das hab ich in Bezug auf mein Kleinen gelernt. Weißt du, du kannst Deutsch reden, Leute werden sagen, wieso redet er nicht mehr Englisch. Du kannst Englisch und Deutsch reden, wie wir auch so reden, meine Freunde und ich. Oh, wieso seid ihr so zu uns so cool? Wieso wollt ihr einen auf Ami machen? Sag mal den Amerikanern Danke, weil die benutzt ja eine Sprache. Like... Slow down. Stop right there. Stop, okay? Das Ding ist einfach, you know, du kannst alles machen. Du kannst Videos. Mein Channel steht ja so für die afrodeutsche Community. Es soll so Zusammenhalt zeigen und bringen und Leute zum Nachdenken. Und es soll... Also, Nachdenken anregen. Es soll einfach Konversationen eröffnen. Ich mach sehr... Also, ich versuche... Ich versuche einiges in der Black-Community zu bewirken. Auch wenn es jemanden in der Black-Community durch mein Video einfach noch besser geht, habe ich was bewirkt, meiner Meinung nach. Aber dann gibt es Menschen, die dann kommen mit... Wieso sieht sie so umhaut aus? Sollte man ihr Make-up matchen lassen? Hm, hm, hm. Okay, sorry, Fenty Beauty. Ich wusste nicht, dass du die Make-up-Polizei bist. Ich wusste nicht, dass du die Kameraeinstellung-Polizei bist. Ich wusste nicht, dass du die Fernseh-Polizei bist. Because... But the thing is, du hast hier klar und deutlich die Message verpasst. Wir machen das Video damit, you know, wir hier eine Plattform haben, wo wir reden können. Wo wir sagen können, was uns stört oder was man machen sollte, was man nicht machen sollte gegen schwarze Menschen. Gegen schwarze Menschen kann ich nicht mehr reden, wow. Und das Einzige, was du als schwarze Person zu sagen hast in einem Video, wo eine schwarze Person für eine schwarze Person spricht, ist, schau mir ihr Make-up an. Schau mir ihre Haare an. Schau mir das an, schau mir das an, schau mir das an. Und da fängt das Problem schon an. In der Black-Community. Ja, some of y'all, bevor ich jetzt wieder attackiert werde, are so bitter und supported nicht. Das Ding ist einfach, du kannst Dinge für schwarze Leute machen und einige schwarze Leute werden trotzdem undankbar sein. Du kannst es nicht jedem recht machen. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag einfach gar nichts. So bin ich. Wenn ich ein Video sehe und ich finde das Video scheiße, dann investiere ich nicht mehr eine Zeit, das zu kommentieren. Es gibt auch Leute, die bestimmt über mich Videos machen. Und ihr werdet niemals wissen, ob ich das Video gesehen habe oder nicht. Ich werde es nicht kommentieren, damit die Leute wissen, er hat es gesehen oder er hat das über ihn gelesen oder das über ihn gehört. Weil ich habe einfach keine Zeit für Negativität. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich bin sehr positiv eingestimmt und ich will Positivität verbreiten. Du kannst es echt nicht jedem recht machen. Ich will jetzt nicht sagen, alle schwarzen Menschen sind so, weil die hier auf meinem Channel sind nicht so. Und meine Supporters, die Jepps, sind auch nicht so. Aber Leute, lass es doch sein. Da müssen wir uns echt selber in die Nase fassen. Wir wollen immer sagen, Leute attackieren uns für ihre Haare und so. Aber du attackierst deine schwarze Schwester, weil sie angeblich orange aussieht auf deinem Fernseher. Aber hast du schon mal daran gedacht, dass dein Fernseher vielleicht anders eingestellt ist als mein Laptop? Oder sonst was? Das ist ja stupid. Und that's all I gotta say to that. Du kannst es nicht jedem recht machen. Was ich noch gelernt habe dieses Jahr ist, dass man zwar Freunde und Familie um sich herum haben kann, aber dass man okay damit sein muss, alleine zu sein. Ich war dieses Jahr sehr oft alleine und habe mich unwohl gefühlt. Ich bin ein Mensch, ich mag es nicht alleine zu sein. Aber ich musste dieses Jahr einfach lernen, meine Einsamkeit zu genießen. Ich musste lernen, mich besser zu verstehen. Ich lasse einfach die Gefühle zu, die ich fühle. Wenn ich weinen muss, dann weine ich einfach. Ich lasse es raus. Weil ich finde, es ist sehr wichtig, mit dir im Einklang zu sein. Es ist sehr wichtig, zu verstehen, wieso du die Dinge durchmachst, die du durchmachst. Und wenn du diesen Städotypen zuhörst, von wegen Männer sollen nicht weinen, Männer sollen dann keine Gefühle zeigen, bla bla bla. You're gonna have a fucked up life. Das wird zu Verhaltensstörungen führen, das wird zu einem fucked up Leben führen. Excuse me to say, I don't know if I'm allowed to curse with this phone contract, but I'll read the contract again and I'll see if I can curse on my channel, but your life will be fucked up, okay? So, wenn du irgendwas durchmachst oder sonst was, dann erlaubt dir einfach, durch die Sachen zu gehen, durch die du grad gehen musst. Wenn du traurig bist, dann sei einfach traurig und denk dir nicht, du musst jetzt glücklich sein, bla bla bla. Gib dir einfach diese Zeit, zu verstehen, wieso du die Sachen durchmachst, und dann sagst du dir, hey, bis hierhin und nicht mehr weiter. Das muss ich auch dieses Jahr lernen, wisst ihr, wie ich meine? Ich musste auch irgendwann lernen, so, okay, genug Trübsal geblasen. Time to be the happy you are that you are again. Was ich dieses Jahr noch gelernt habe, ist es, das Leben wertzuschätzen. Ich weiß, das hört sich sehr klischeehaft an, aber ich habe dieses Jahr einen Familienmitglied verloren und es ist sehr schade, dass man erst sehen muss, wie andere Leute einen Liebsten verlieren, bis bevor man sein eigenes Leben zu schätzen weiß. Und ich versuche, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, thank you, God. Ihr wisst selber, ich bin Christ, I believe in God, I believe in Jesus Christ. Ich versuche aufzustehen und zu sagen, thank you, God, I'm alive. Those witches could not kill me. I'm still here. Und ich bin einfach sehr dankbar für alles, was ich habe. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Abonnenten, den ich habe. Aber es geht nicht mal darum. Ich bin dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Ich bin dankbar, dass ich Essen im Kühlschrank habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Gesundheit. Das sind die kleinen Dinge. Und dieses Jahr habe ich echt gelernt, dass ich nicht immer die kleinen, kleinen negativen Sachen sehen muss, sondern das größere Bild. Weil ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt Leute, so wie mich, die zum Beispiel YouTube haben und ihr habt zum Beispiel auf einem Video sagen wir mal 1000 Likes und 15 Dislikes. Und dann schaust du dir aber nur diese Dislikes an und denkst dir so, wieso dislike mal mein Video? Was habe ich gemacht? Wieso mögen mich diese 15 Leute nicht? Aber die Tatsache ist einfach, dass du auf die 1000 Leute schauen musst, die dich lieben. Du musst auf diese 1000 Segen gucken, die du hast in deinem Leben. Du darfst nicht auf diese 15 Leute schauen, die nicht mal Geschmack haben. Weißt du, wie ich war denn? So scheiß einfach auf die und versuch dich auf das Positive zu fokussieren. Wenn du mal irgendwie ... Ich weiß nicht, wie ich sagen. Wenn du mal, keine Ahnung, eine schlechte Note hast, dann schau dir einfach an, indem du gut bist. Weil es kann ja nicht sein, dass du in jedem Fach eine 4 hast. Wenn du in jedem Fach eine 4 hast, dann solltest du echt irgendwas ändern. Aber wenn du mal eine 6 geschieben hast, dann lass dich nicht zu sehr runterkriegen, sondern schau dir deine Stärken an. Schau, was du gut kannst. Weißt du, wie ich meine? Es gibt immer Sachen, die man gut kann, und es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der nichts gut kann. Selbst reden. Es gibt Leute, die können gut reden, aber können vielleicht nicht, keine Ahnung, Fußball spielen oder sonst was. Es gibt Leute, die können Fußball spielen, die können aber nicht singen. Es gibt Leute, die können singen, die können aber nicht schwimmen. Es gibt so viele Sachen, auf die man sich fokussieren kann. Also fokussier dich lieber auf das, was du kannst, zu dem, was du fähig bist, anstatt dich auf das Negative zu konzentrieren, weil das zieht dich nur noch mehr hinunter, okay? So, those are some of the things that I learned. Ich wollte das Video nicht zu lang haben, weil ich auch auf eure Sachen eingehen wollte, die ihr mir geschrieben habt, weil ich hab eine Umfrage auf Instagram gemacht. Und ich lese jetzt, was ihr geschrieben habt. Ich habe halt in meiner Story geschrieben... Das werde ich hier einblenden, was ich da geschrieben habe. Und ich lese jetzt einige Antworten vor. 2018 habe ich gelernt, dass ich alles erreichen kann, was ich möchte und mir die Meinung anderer ziemlich egal ist. Ich weiß nur, wo ich diesen Channel angefangen habe, eine Freundin von mir, die nicht mehr eine Freundin von mir ist, die so, was willst du als Junge auf YouTube machen? Nee, 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 nee. Eine andere meinte so, ich will mal, dass du über ernste Sachen redest, blablabla. I guess I'm doing something right to have 20.000 subscribers after a year. So, es gibt immer Leute, die sagen, du kannst das nicht machen, du kannst das nicht machen. Aber wenn du wirklich weißt, was du machen kannst, und wenn du auf Gott... Gott. Wenn du auf Gott hörst, dann wirst du es durchziehen, wenn es deine Bestimmung ist. Weißt du, wie ich meine? Man sollte nie auf andere Leute hören, auf die Meinungen anderer Leute. Aber am Ende des Tages musst du in deiner Haut dich wohlfühlen. Du musst... Du, du lebst für dich. Du lebst nicht für die Meinung anderer. So, be proud of who you are. 2018 habe ich gelernt, dass... Das stimmt auch. Das habe ich dieses Jahr auch gelernt. Ich wusste das zwar immer schon, aber ich musste mich dieses Jahr echt dazu zwingen, zu beten, wenn es mir sehr schlecht ging. Weil ich will gar nicht jetzt mit der Bibel kommen und mit dem Teufel und blablabla. But sometimes your enemy tries to get you down. Und wenn du dann am Boden bist, dann will er nicht, dass du betest. Dann wollen diese Sachen nicht, dass du irgendwie deine Beziehung zu Gott aufbaust. Und das ist aber das Wichtigste, weil in manchen Situationen kann dir einfach keiner das Gefühl geben, was Gott dir gibt. So, egal was du durchmachst, auch wenn es dir richtig, richtig scheiße geht, richtig dreckig geht, versuch einfach mit Gott zu reden. Auch wenn du nicht beten kannst, rede einfach mit Gott, als würdest du mit deiner Mutter reden, als würdest du mit deinem Vater reden, denn er hat immer ein offenes Ort für dich. That's what I learned this year. I spoke to God. Many nights and days. And he's been blessing me, okay? He's been blessing your boy, he's been blessing your boy. So, God, I thank you. I thank you. Pentecost in your me. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, yes. God, you are so good. Oh, 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 oh. Sich selbst lieben, höchste Priorität hat. Yes, 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 yes. Yup, yup, yup. Sich selber zu lieben ist sehr, sehr wichtig, denn keiner will dich so sehr lieben, wie du dich lieben wirst und wie Gott dich lieben wird. Okay. 2018 habe ich gelernt, dass es auch Fake-Freunde gibt und nicht jeder da ist aus dem Grund, wie ich bin, sondern wer ich bin. Hä? Warte, ich glaube, was? Es auch Fake-Freunde gibt und nicht jeder da ist aus dem Grund, wie ich bin, sondern wer ich bin. Ich ... Okay, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Was ich halt dieses Jahr gelernt habe, ist, dass nicht jeder so erzogen wurde, wie ich erzogen wurde. Nicht jeder hat dasselbe Herz wie ich. Es gibt Kommentare, die ich gelesen habe, ich dachte mir echt so, weißt du, Google ist umsonst. Mach einfach Google auf. Und Google, ob es Afrikanisch gibt. Und nicht Afrikaans, sondern Afrikanisch. Google das, ob es das als Sprache gibt. Und mit solchen Leuten, you know, I don't even argue about that. I'll just read the comments and I'll laugh. We laugh. I'll laugh, okay? Come on. Move out of the way, bitch. 2018 hab ich gelernt, dass Menschen kommen und gehen, egal was passiert. Freunde oder Familie, ist egal, sie gehen. Oh. Schwester. Also ... Ouch, that hurt me, okay? 2018 hab ich gelernt, dass ich falsche Freunde hab. 2018 hab ich gelernt, dass man selbst die engsten Menschen jemanden verletzen können. 2018 hab ich gelernt, dass man nicht jedem die Hand reichen darf. 2018 hab ich gelernt, weniger Freunde mehr sind. What is going on? What is going ... I feel like this year was a year of depression. The Lord ... The Lord saved us. The devil tried it. The devil tried it. The ... Hey. The devil tried it, but we're still here. Und das ist ... Ich hab echt gemerkt, dieses Jahr haben sehr viele Leute, sehr vieles durchgemacht. auch aus meinem Freundeskreis. I'm not about to spill my people's tea on camera. But ... Das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, was ihr vor der Kamera seht. Wisst ihr, wir haben Personal Lives. Und ... Sometimes you're sad, sometimes you're happy. Was ich dieses Jahr gelernt hab, ist, dass ich ... eine Reichweite hab. Ich bin ... Ich mag es nicht zu denken, dass ich ein ... Influencer bin oder eine ... Person des öffentlichen Lebens, weil ich fühl mich dann voll ... komisch. Du weißt, ich bin wie jeder andere auch, ich studier, und nebenbei hab ich halt einen YouTube-Channel. Weißt du, wie ich mein? Aber ... Ich hab halt dieses Jahr echt gemerkt, dass Leute meine Arbeit lieben, dass Leute meine Freunde lieben, dass Leute mich lieben für ... die Person, die ich bin, weil ich mich nicht vor der ... Also, ich verstell mich nicht vor der Kamera. Die Leute, die mich im Wahlenleben kennen, wissen, this is your war, this is me, this is as real as it gets. So bin ich einfach. Ich war immer schon so, ich werd immer so bleiben. Ich werd mich nicht verstellen. Und ich hab echt gelernt, zu akzeptieren, dass mich nun mal ... 20.000 Leute mindestens kennen. Ich mein, der Channel hat über 1,5 Millionen Klicks, so ... Wenn du mal in den Lidl gehst und aussiehst wie ein Penner, dann kann das sein, dass ein Abonnent kommt und sagt, oh, bist du nicht geboren? And I'm gonna be like, no. That's not me. But ... Ja, ich hab echt gelernt, dass ich nicht mehr zu Lidl gehen kann in meiner Jogginghose, in meiner roten Jogginghose, in meiner gelben Jacke. Ich sah aus wie ein ... Ich kann das nicht mehr machen. Ich geh nicht mehr anyhow aus dem Haus. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich hab keinen Bock, dass mich jemand sieht und dann sehe ich vor, across the dusty, weak ass bitches. Nah. I don't wanna ... I don't wanna do that. You know? I don't ... I can do that because now I know that people watch your bow. I mean, now I'm with Funk so I know that people are watching your bow. You know what I mean? So it's a blessing. It's a blessing. It is a blessing. And I love y'all. Leute, ich kann euch nicht genug sagen, wie sehr ich jeden einzelnen Supporter liebe. Sogar die Leute, die mich hassen und die trotzdem meine Videos gucken und die meinen Daumen runtergeben. Ich liebe euch alle, weil ihr macht mir alle Geld. Die Leute, die über mich reden hinter meinem Rippen. Das ist kostenlose Promotion. I am so thankful for all of your gossip and for all of the lies and for all of the rumors. Ich bin so, 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 so dankbar. Because when you talk about me behind my back, God will bless me in your face, as you can see. Und das ist einfach das Wichtigste. Ich fokussier mich einfach nur auf mich. Ich sorg dafür, dass es mir gut geht, meiner Familie, dass es meinen Freunden gut geht, dass es uns als Familie gut geht und alles andere ist mir ... Pups, egal. I don't care. I mean, I care, I mean, I give up a low club, but no. You know? I don't care. I really don't care. Leute, ich liebe euch. I love you. Meine Japs. Danke fürs Gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, will ich mich sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr alles 2018 gelernt habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Leave a comment down below. Was hast du in 2018 gelernt? Oder in 2018 hab ich gelernt das? Vergiss nicht, meinen sozialen Netzwerken zu folgen und mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Bisou. 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 Bisou.